Hast du dein Profilbild weggemacht? Mhm. Ich hab ein bisschen... Aber nackter Arsch hier. Ich glaub kommt ein bisschen blöd, ne? Ein bisschen? Ein bisschen mehr blöd, ne? Oh ja. Oh nö, jetzt bei der Waschmaschine fertig, kein Poket. Was hast du denn für einen Skin an? Du bist so schwarz-orange. Wie findest du den? Der Druckfalter hast du da oben? Ja. Schau mal. Mimi. Ja. Schau mal was ich mitgebracht hab. Oha. Nice. Kein Platz. Ich hab auch keinen Platz. Darf ich dir das alles... Darf ich dir das alles hier droppen? Ja, droppen halt. Oben sind Betten, neben der... Draußen vor... Eingangsbereich. Habe ich dir in die normale Kiste, neben der Ender-Ding, reingedickt. Wie denkst du bitte dann alle mit? Okay. Was ist das? TNT, Junge. Einfach TNT hier. Legs mal hin. Dann treten wir mal drauf. Schau mal was passiert. So gar nichts. Ja, wenn wir dann... Ja, wenn wir das Ding haben, dann macht's gut. Ja, wenn wir das Ding haben, dann macht's gut. Ey, was will ich mit dem hier? Buchstellen. Nehm ich später mit? Ich schmeiß' ich irgendwo draußen. Oder ne, ich schmeiß' es unten. Ehm, Dingsbums, sag's mir. Ne, lass da, lass da, das nehm ich mit. Den Einsteck nehm ich mit. Da, das war die Ich habe auch einen kleinen Bissehalter im Büffel. Von Hose aufgetragen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein bisschen Musik rein, mein Skin an. Wie findest du mein Skin? Zauberbuch. Was ist denn alles in deinem Inventar noch? Roter Pilzblock, 64, Bruchstein, Werkbank, Ofen, Wassereimer. Mach dir das Zauberbuch mit und komm hoch. Alles? Klick hier bitte alles rein, was du nicht brauchst. Was? Gezögert dein Stream, wach? Bei mir machst du erst jetzt die Kiste auf. Echt? Und ja. Leg alles rein, außer die zwei Spitzhacken, Lava Eimer, Schaufel brauchst du auch nicht. Und das Ding ziehst du an, deine Rüstung. Lava Eimer, äh, Wassereimer brauchst du nicht, weil ist ja, äh, Nether funktioniert ja nicht. Das Zauberbuch könntest du auch da reinlegen. Hier sind noch Diamanten, 11. Eine Karte. Alle Betten. Alle Betten. Alle Betten. Ja. Kohle brauch ich nicht. Nein, nein, nur die Betten nimmst du. Hast du? Hm. Hm. Okay, auf geht's. Lass mal hier in das Befahrt reingehen. Hallo, komm hier nicht durch. Jetzt. Hm. 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 Ich sehe nichts. Ich hoffe. Hm. Hm. Lass mal hier in die Richtung. Ja. Ja. Was ist das? Das war der Weg. Ja. Ja. Oh. Hast du ihn aufgesammelt? Ähm, ja. Antiker schon. Ah, ich hab nichts zu bauen, ich hab nichts zu bauen, da kommt Lava. So, ich platzi mal ein bisschen Bett hier. Oh, das ist das Ker finish! Na, direkt, direkt. Das ist es da, was ich hier wollte. Ich war auch nicht ein bisschen, ich hab das Leben gemacht. Aber ich hab das nicht gemacht, wie Julian Pett ist. Ganz schön, jetzt geht es nicht. Bis zum Zeitdrehen? Und hey! Erstmal? Das war nicht so hoch. Ey, wieso bin ich gestorben? Das kann doch nicht wahr sein, dass ich sterbe. Das war gar nicht mal groß, Mann. Was ist denn das für eine Scheiße? Mann. Wieso bin ich denn gestorben? Ich weiß es nicht, du bist in Lava gefallen. Hä, nein, sonst wäre ja alle meine Sachen weg. Ja, ich habe ja Lava zugebaut. Ich bin von da oben hier runter gefallen. Das kann doch nicht sein, dass ich so viel Damage gekriegt habe. Ja, aber es ist Lava hier, komplett hier Lava gewesen und von der Wand ist hier Lava. Da kommt es wieder. Ja, aber ich war ja hier unten, weißt du? Ich bin hier runtergekracht. Ja. So kann ja nicht sein. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Egal, jetzt weiter. Maybe, I don't know. Du hast deine Sachen wieder, passt. Ja, ich habe alle Sachen. So, du musst du dich fühlen? Ja, das darf du nicht. Ich bin einfach gestorben. Oh, du musst du wollen. Ich bin einfach hier. Ich bin echt... Wofür? Und? Oh oh! Oh oh! Nein! 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 Ich finde das Lied voll cool. Welches Lied? Ich weiß nicht wie das heißt. Tatsächlich. Alles gut, jetzt hier wieder. Lava hier gibt es noch ein bisschen. Nein! Dinge, hier läuft Lava schneller, weißt du schon. Ja, ne? Jo. So. Oh, jetzt platzieren. Äh. Hier unten war schon irgendwie so ein Loch. Das Ding nicht, dass wir uns verlieren. Ich hab keine Karte dabei, ne? Jo. So. Du bist genau über mir. Ja. Bis jetzt seh ich noch deinen Namen. Alles gut. Oh nö. Ich hab halt schon wieder Lava. Ich hab schon wieder Lava. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Aber egal. Das ist einfach hier. Oh nö. Oh nö. Aber wir müssen die Kekse echt machen. Oh nö. Kannst du das mitnehmen? Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Na? Echt oder? Mh Willst du die mitnehmen? Oh mein Gott, ich bin ein Ding von unten hingeflogen, ich dachte mir schon wieder Lava. Was ist hier? Nein, hier spreng ich sicherlich kein Bett. Nein, ich bin wieder hoch. Warte Hier spreng ich kein Bett, da unten ist Abgrund. Erstmal wieder hier zurück gehen und in eine andere Richtung gucken. Ok Ich bin ein Ding von oben. 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 Schon wieder raus? Ja, ich bin schon hier oben, hol mir gleich einen ATX. Okay. Ich bin aber gleich da. Ja, scheiße gelaufen, ne? Mhm. Nein, ich bin90 not. Ja, nicht das ist. Untertitelung. BR 2018 Ich komme. Ich weiß nicht, dass ich es wieder sterbe. Ich gehe jetzt nicht, dass man so schnell im Ding stirbt. Ich kann nicht zeigen. Ich wissen, du hingegangen. Bist du raus von da? Mach bitte nie wieder unter mir eins, doch. Ich habe sowieso schon Schiss. Bist du raus? Ich hoffe, ich gehe jetzt auf eurer Bett in meiner Hand und gehe jetzt hier genau vor mir. Ich schlafe. Bist du raus? Ich habe das da gebaut. Nicht runter. Ja, ich weiß schon. Hier platzieren wir sicherlich gar nichts. Oh, mir habe ich mich erschrocken. Ja, ich habe mich erschrocken. Ich habe mich erschrocken. Ich habe mich erschrocken. Oh mein Gott, das ist nicht der Schweine schockt. Wie hast du denn da? Wo bist du jetzt hin? Ich bin hier neben dir. Ich schaue nur hier so. Ich weiß nicht, wo ich ein gutes Gefühl habe. Ich weiß, was ich meine. Ich habe da auch ein gutes Gefühl von dir. Nicht Vorsicht. Ich würde gerne runter. Naam. 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 hier unten würde ich es irgendwie probieren warte bevor du stirbst, gib mir mal 15 block, das machen wir jetzt immer so, bevor jemand bettet, der gibt den block ab ich würde erstmal hier was kurz farmen ok Du setztest bitte als erstes. Ja, gut. Da unten oder was? Mhm. Ja, gut. Ja, gut. Gut. Vorsicht. Bist du in der Nähe? Ja, ich bin hier hinter dir. Okay. 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 Was machst du jetzt hier so gut oder was machst du? warte ich hab so viel stein deswegen kann ich die dinger nicht dings sind die zu tief oder was ist das? nein nein wir wollen ja alles einsammeln das ist faszin das ist nicht mehr drauf ja ich kann schlecht war alles schlopft oder das war schon ja hier waren wir schon ich glaube hier bist du gestorben warte egal dann lass einfach hier weiterlaufen würde ich sagen oder und welche ich bin gleich wieder da ja Bis zum nächsten Mal. 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 Einfach gar nichts. Wirklich gar nichts. Das ist schon komisch. Ah da, einer ist gekommen. Wenn man davon spricht. Ich mach das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was ist denn? Oben Die kommen halt richtig selten Die kommen halt auch richtig selten Jetzt haben wir schon zwei Welche brauchen wir? Wir brauchen richtig viele Verschmocken mit Leipkord Vorsicht Ich habe ein Bett gesehen und bin weg Ich muss sagen ich bekomme echt wenig Schaden Ja sehr schön, warum auch immer Aber wir nicht hier, dann machst du halt das Ich bin einfach gestorben zweimal hintereinander Hast du gesehen, ne? Jetzt gerade eben Ja, du kriegst gar nix Du brenst halt noch Nicht mal das? Und dann ist das Und dann ist das Und dann ist das Und dann geht es Wir sind Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mimmi, zünden Sie sich bitte nicht an. Oh, weg! Alles gut. Oh, weg! 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 ich bin vernachträglich gebrannt ja ich kann schon zu vorsicht ich bin vernachträglich gebrannt 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 Entschuldigung Ich glaube, wir brauchen externe Festplatten Ich glaube schon, ja Ich habe nur COD drauf in Fortnite und trotzdem habe ich keine Platz Du hast schon gesagt COD hat ohne Ende Platz Ich weiß schon, nein, ohne Platz Ohne Ende MB Huch, hast recht Ja Das wäre auch nice Habe ich sogar letztens, ich habe es für Farbe und wie viel Glück sie damals aufgekauft in Forest Ich habe es nicht angefangen zu spielen, seit dem nicht mehr Wo ich mir dachte, alle Jungs, ernsthaft Verkaufst du? Und wir spielen nicht mehr Ich kann nicht mehr die Gewicht Aber es eben nicht mehr Und wir wollen das auch einfach mal Entschen, einfach mal Ich bin es in die Plastik Ich meine, Leute, wir brauchen zu Hause Und wir müssen die Plastik und wir brauchen zu Hause Ich versuche Sie sich nur, es gibt mhm Das war's für heute. Ich bin ein bisschen übel. Ich bin ein bisschen übel, aber es ist ein bisschen übel. Ich bin ein bisschen übel. Hmm. Wie ist denn? Ich bräuchte einen Kaffee, glaube ich. Wie viele Betten hast du? Ich habe noch alle dabei. Ich habe glaube ich nur noch zwei Betten. Noch mehr oder reicht? Reicht. Müde? Nee, so den ganzen Tag schon. Oh nein. Müde. Ich? Ich habe meine fünf Pinocchi. Das geht jetzt alles so. In diesem Traum ist keiner gehen, der andere traf müde. Ich bin weg. Baby. Haben wir gefunden? Wer sucht, der findet. Oh mein Gott, der hat mich erschockt. Ich bin weg. 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 Ja, aber jetzt ist das ein Stück. Ja, aber jetzt ist das ein Stück, das ist ein Stück, das ist ein Stück, das ist ein Stück. Das ist ein Stück, das ist ein Stück, das ist ein Stück. 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 Pullen auf x! Das ist ein Stück. Das ist ein Stück. Das ist ein Stück. Ich hab's noch wach. Ehe auf mich. Egal. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich hab mich nicht mehr. Okay. Ich hab mich nicht mehr. Ich hab mich nicht mehr. Oh voilà. Ich hab mich nicht mehr. 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 ja hier wie mein spitzhacker wird repariert hier wie es hier 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 Baby, don't you miss me, won't be a lot of me Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby, don't you miss me, won't be a lot of me Baby, don't you miss me, don't want you to miss me Ich mach mein Fenster auf Baby, don't you miss me Baby, don't you miss me Baby, don't you miss me Oh, oh, oh Oh面ers Oh, oh, oh Oh, oh Untertitelung des ZDF, 2020 Dein Controller hat die Verbindung verloren. Verbinde deinen Controller neu, um fortzufahren. Verbinde deine Verbindung verloren. Verbinde deine Verbindung verloren. Verbinde deine Verbindung verloren. Ja, aber stirbst du in der Lava? Nein. Bist du gerade in der Lava drin? Ich war. Wer? Ich war kurz davor. Tschüss. Was? Ich habe den Bug, wo du aus dem Inventar das Ding nicht rauskriegst. Hatte ich auch schon. Ich habe den Zug. Das war's für heute. Maybe we feel a bad nass du noch? Wo bin ich müde geworden gerade? Geht mir genauso. Und nicht nur die schlafen. Ja. So kurzes Nickerchen. Erstmal kurz schlafen bitte. Ich mein es halt voll ernst. Mach halt ein Stream aus, lass so halbe Stunde schlafen und dann wieder spielen. Was denn? Nix. Ich mein es voll richtig ernst ne. Ich kann kaum meine Augen öffnen. Schau mal, es ist jetzt wieviel Uhr? 16.50 Uhr. Wenn du jetzt schlafen gehst, wann stehst du wieder aus? Jascha, was soll ich sonst machen die nächsten 14 Tage? Hallo, lass mich. Ich kann doch wohl schlafen, Mann. Lass mich. Das wird eh noch bisschen sein. Was denn? Nix. Geht doch du auch ein bisschen heier machen. Heier machen? Ja. wir schlafen ja keine ahnung sie macht schon mal da wir schaffen ein bisschen ok wie lange schlafs jetzt aber dann lass zurückgehen wir können doch hier einfach ausmachen dann sind wir eh wieder hier und danach können wir zurückgehen ja ok ich bleibe bei der Party, ich stimme mich halt nur tschüss